Ja, ist klar. Meiner. Den letzten krieg ich da hinten auch. Alter, wenn der jetzt in der ganze Stadt rastet sich aus hier. Man nimmt einfach... Oh, nerv nicht, Alter. Die ist ganz schön nervig, die Fotze. Ja, hier, frisst das, ganz ehrlich, hier. Den, den, den Hitler. Ja, die geht ganze Zeit auf mich los, die Fotze. Das ist ja nicht schlimm. Nein. Nicht schlimm, ich... alles klar. Oh, super. Du, die Kackbratze. Wie fühlst du stark für uns? Guck mal, welches Level die auch hat. Keine Ahnung. 25. Meine Fresse. Immer, ich setze immer Fähigkeiten an, dann komme ich wieder ins volles Leben auf und zu mal. Weil du mir so schnell du ihr Schild von dein Ball hast. Eis. Aha. Ich muss die seitlich, ich muss die anderen Wichser ein bisschen, ein bisschen runter tracken. Geh doch mal wieder aus, du Scheiß. Wesersch... Denn... Das nervt, dass das so lange braucht, bis es wieder ausgeht. Es ist ja noch mal wieder in den Ball ist. Aber ich habe gemerkt, als die auf mich losgegangen ist. Aber ich habe gemerkt, als sie auf mich losgegangen ist. Ich habe gemerkt, als sie auf mich losgegangen ist. macht doch den posten luft luft mal hast du deine fähigkeit das ist ein schutz ja sitzt du ein dann lädst du ein bisschen leben auf sollte mit ihr auch funktionieren wir haben sie gleich jetzt ist ganz sexy dino sauber du stirbst das alte ja klar ich hab's auch erledigt das riecht auch nach waffen oder hier gibt es keine waffen noch geschafft haben hier in der mitte gibt es das waffen okay gibt es nur nichts zu verkaufen ich glaube das ist alles nur schrott das wird alles weiter schrott sein ja was du machst kommen wir hier bleiben wir noch nicht schrott könnte eine gute vor allem sind eh nicht unsere level hat gemerkt naja es wird durch rennen und alles tun ganz hinten verkaufen das weißt du da ja hallo fritz bis bald was jetzt wieder alles gut ist alles weg jetzt das ist gut ja das ist nur geld für uns nein jetzt habe ich ein skin verkauft schlecht blöd blöd den habe ich auch ich glaube genau ich bin zurück haben und allen möglichen scheiß bespürt er nicht alle sollen alles gut er macht zwei missionswaffen und eigentlich damit weil ich mission angenommen wo wir gar nicht mehr weiter bräuchten und so ich war die am ding auf die damit kommen willst warte noch eine andere wache da habe ich im bett das punkt das punkt maximal gesundheit rückstoß impfung nach der geschwindigkeit nämlich hallo war ich nicht gestoppt schaffe ich schicken jetzt ja voll gemein wenn du nicht darauf achtest schießt ja klar hallo wird einmal weg gehen oder auch nicht glück gehabt warum ist er das hier das auch wieder helios es ist der kern dieser ganzen Du bist ein Sack. Warte mal, hast du ne Speicherfunke? Du kannst sie nicht leisten! Was kostet der Scheiß? 40 Mondsteine? Ehrlich, jetzt? WTF? Ich kann schon checken. Wie viel hab ich denn? 30. Was? Was denn das? Wie ist das etwa? Das Auge des Zerstörers. Naja, eigentlich ist das Auge des Zerstörers. Dieser kreert nur aus der Kammer. Aber ich hab da meinen Laser gehängt um seine Kraft um das Trämpfer zu sein. Ja. Hast das Auge des Zerstörers zur Waffe gemacht? Das war's bereits. Alle eridianischen Artefakte sind Waffen. Ich hab nur gecheckt, wie es funktioniert. Ja. 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 Ich hab's mal gesagt, dass es lila wird. Kilo ist schon mal zum Kürzen rüber. Einfach nur drück mir doch. Fack. Ach tja.